Aber nein, Kurser hielt nicht. Oh, Trank. Da sind wir gut wohl weggekommen. Da sind wir gut weggekommen. Wie viel damage ich wirklich. Boah, wir haben beide Tore gehalten. Kurser? Ah, du bist tot. Äh, na. Ich esse ein Goll-Huf-Rüppchen. Und wir hier am Leben zahlen. Ja, 715, halb 63, 650, ich lebe. Puh. Let's have some ice cream here. Ach, fuck. Ist es bei dir so ein richtiger Streit-Streit-Mach? Aber Friedhof? Ne. Ich dachte, du wärst mal mal nur ein Tor. Ich bin gerade in dieser Sekunde erst gespielt. Oh, das Tor ist da, oder? Ja, ich weiß. Ich bin nur unterwegs. Okay. Cool. Sehen wir uns da, ne? Ja. Oh, du Scheiße. Noch ein bisschen nass. So. Ach man, die Rogues weichen echt allem aus, was ich hab. Meistens aber nur dem Stunt. Ich bin im Geschütz. Ist das das Erste auf der einen Seite? Äh, ja. Ich werde mal kurz rüber, um das zu crashen. Ich komme mit. Ich komme nicht mal raus. Halt einfach die Stellung. Boah, was ist denn zwei? Die haben zwei Geräusch-Maschinen hier. Ach was. Wie schnell ein so eine Maschine allein schon durch so ein Tor kommt. Hm, und hier sind zwei. Einen ist down. Andere macht 20.000. Ja, das Ding hier ist down. Ich wechsel wieder auf die andere Seite, wo du hingeblieben bist. Scheiße, wie komme ich hier aus der Maschine raus? Alte Fion. Och ma. Flickst du das Ding? Och ma. Och ma. Oh, Körler. Wir verlieren jetzt den ganzen Battlefront wegen mir. Warum musst du doch ausgleichbar so eine Scheiße machen, wenn du Heiler bist? Okay. Früher haben die viel mehr damit schon gemacht. Verlasten, ja. Und, hast du? Nur das Battleground verlassen. Nee, hat geklappt. Wie konnte der Rogue denn hier rüberglitschen hinter das Tor? Oh shit, sind hier viele. Oh shit. Oh shit. Ich freue mich auf den Gilneas-Bareworld. Klar. Weil ich konzentrierst ja erstmal auf den hier. Gilneas und aber auch auf die, diese Insel. Wie heißt den Bareworld? Ach nee, ich hasse jetzt. Ich meine die Insel der Freude. Ja, die meine ich. Der Rogue-Round. Die finde ich gut. Die finde sie nicht gut. Nee. Wunderlich. Ich finde diese Battlegrounds nicht so gut, wo es, wo, wie soll ich sagen. Mit so vielen Spielern, wo der Einzelne nicht so, so wichtig ist, weißt du? Nein, ich finde den schön. Ist ein schöner Werkwerk. Sieht schöner aus, ist schön. Ja, was soll ich sagen, jeder hat seine anderen Marschstelle. Nee, ich finde den schön. Deswegen verliert man übrigens auch oft mit Koja im Team. Weil, äh, Koja genießt immer die Landschaft. Man muss auch mal Screenshots machen, das ist das Einzige, was noch bleibt danach. Du bist nicht in jedem Battleground. Haben wir die Sohans? Das war schon so gut. Sieht gut aus, sieht gut aus. Nur noch drei Minuten. Alles stimmt. Jetzt wieder eine und weggesehen. Wie ist das Ding da jetzt aufgegangen? Hat jemand aufgemacht. Hausmeister. Er dachte, jemand hätte geklingelt. Geklopft. Ich finde das ja interessant, die Insel der Oberung. Weil man so viele Approaches machen kann. Es stimmt ja, dass das möglich ist. Aber die Masse der Spieler geht immer aufs selbe Ding. Und da, wenn alleine was anderes zu machen, ist es sehr schwer. Aber es geht. Es geht auch nicht. Jetzt werden wir dieses Ding noch aufhalten. Jetzt haben wir es gut geschafft. Jetzt schau ich mich hier raus. Wieder mal vieles damit. Wieder mal vieles damit. Who's done? Manometer. 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 Ist doch klar. Manometer. Uralter Beschützer. Üppisch. Manometer. Kälten. Glückwunsch! Victory Kvadoo! Bittiii! Okay, wir sind jetzt auf der anderen Seite der Medaille. Der Macht. Der auffaltbaren Macht. Ist auch voll schön mit den Bäumen und den Palmen. Wo siehst du hier Bäume? Und auch immer diese Invasion. Das hat so ein richtig geiles Feeling. Findest du nicht? Es gut! Scheiße! Oh nein! Nein! Das ist circa Worst Case, den man so machen kann. Das witzige ist, das hier persönlich in meinem Leben schon als zweites Mal. Ich glaube, das ist das einzige, was Kojo noch nie passiert ist. Das stimmt nicht. Oh, okay. Kojo. Ich burn jetzt mein Brain weg. Ich geh in Schwimmbad lieber. Ich geh in Schwimmbad. Okay. Geh ich halt in Schwimmbad. Oh Scheiße! Oh Mann! Warum? Was hast du gemacht? Boah! Ich hab die Tüte irgendwie so aus Versehen eingequetscht. Er war fast vom Stuhl gefallen. Und dann ist die untere Seite aufgeplatzt. Oh Mann! So eine Kettenreaktion. Oh nein! 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 Die PC-Hardware wird weitestgehend verschont und es sind nicht so viele. Chips rausgeflogen. Und, haben wir schon gewonnen? Ja, wir haben 20 Stellen. So, Speedpad kurz reinigen. Oh Mann! Wir sind jetzt schon am Goldmontor. What the fuck? Ich kann den Strand schon sehen. Und es zerstört. Wartet auf mich. Okay. Ja, wir haben eine Belaungsmaschine. Eine Reliktkammer. Wow. Und here we go. So. Okay. Okay. Ich war ganz kurz davor meinen ersten Fuß auf dem Sand zu setzen. Ja. Nice job guys. Nice job. Nice job. Nice job. Ja. Wie viel haben wir gebracht? Zwei Minuten. Ah. Hast du was? Ich brauche immer nur diese Schieferhaut. Ach komm. Die droppt doch bei jedem. Das stimmt nicht. Doch. Das stimmt. Bei dir vielleicht. Vielleicht was ja Lucky Arsch bin. Das stimmt. Lucky vielleicht nicht, aber ne. Ach. Das stimmt. Ja, bs. Ich hab's. The Never Brock hast du noch nicht gedöte, ne? Nee. The Never Brock hast. Auch nicht. Das stimmt auch nicht. Das stimmt auch nicht, was ich da gesagt habe. Surprise, surprise. Gab's denn nicht mal ne Bank? Ist das die Bank? Ich will nicht in ne Bank. Ich war eben in ne Bank. Warum gibt's zwei Banken? Ich will ne Auktion. Warum will ich ne? Oh. Mann. Das geht ja immer zu schnell. Oh. Ein Quest kann ich mal abgeben, ne? Das möchte ich doch vorher nochmal mitnehmen, ne? Was ist jetzt der erste Mal ein Inner میles auf? Nein. Ich zeige euch, diesmal hat es eine kostenlose Hälfte. Es gibt die einen guten Hälfte. So, die Hefte ist mini Top 50er-50er-50er-50er. So, wenn ich in meine Hefte habe, das ist sinnvollatas. G�니다. Okay, jetzt.